Nummer 5 Die D-Link DCS942 L-Day-in-Night-Home ist eine vielseitige Überwachungslösung mit MicroSD, ideal für zu Hause oder kleine Büros. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen Webcam ist dieses Gerät mit Infrarot-LEDs für die Nachtsicht ausgestattet. Die D-Link Kameras wie diese können per Computer oder Smartphone bedient werden. Die Reichweite des Geräts beträgt 5 Meter und sie kann so konfiguriert werden, dass die Aufzeichnung dank der speziellen Sensoren sofort beginnt, wenn eine Bewegung erkannt wird. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nummer 4 Die D-Link DCS932 L-B-Wireless-and-Day-Night-Home ist eine WLAN-Kamera, mit der Sie Ihr Zuhause Tag und Nacht mit integrierten Infrarot-LEDs überwachen können. Das Gerät kann den Bereich auch bei völliger Dunkelheit überwachen. Mit einem Beleuchtungsabstand von 5 Metern eignet sich die D-Link IP-Kamera für den Einsatz in Räumen im Haus, in Garagen oder kleinen Büros. Sie stellt eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk her und überträgt Bilder in hoher Qualität. Die D-Link Kamera kann von jedem beliebigen Standort aus über das Internet ferngesteuert werden. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 3 Sie kann Bewegungen oder Geräusche erkennen und sofortige Benachrichtigungen senden. Gleichzeitig startet sie die Videoaufzeichnung, die lokal auf dem internen Speicher des Smartphones oder auf SD-Karten oder in der Cloud erfolgen kann, für die die Aufzeichnung kostenlos ist. Sie verfügt über eine 1080p HD-Auflösung und Nachtsicht per Infrarot. Mit zwei Wege Audio ist es möglich, über Ihr Smartphone Geräusche zu hören und umgekehrt in das eingebaute Mikrofon zu sprechen, um Anweisungen zu geben oder mit Besuchern zu sprechen. Sie können die Kamera über Wi-Fi oder direkt über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Router verbinden. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 2 Ausgestattet mit einem Infrarot-Viewer zur Bewegungserkennung auch bei Nacht oder ohne Licht Sie speichert Schnappschüsse und Videos auf Ihrem Smartphone oder Tablet über die Mütling-App und ermöglicht Ihnen, sie auf Ihren tragbaren Geräten oder in der Cloud aufzuzeichnen. Sie können mit Amazon Alexa oder dem Google Assistant kommunizieren, um zu sehen, was Ihre Kamera in Echtzeit sieht, während Sie mit etwas anderem beschäftigt sind. Mit IFTTT-Automatisierungen, die mit der Kamera zusammenarbeiten, können Sie sofort das Licht in Ihrem Haus einschalten, wenn eine Bewegung erkannt wird, und den Vorfall per SMS oder E-Mail an bestimmte Personen melden. Wenn Sie an diesem Produkt interessiert sind oder den Preis wissen wollen, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 1 Sie ist einfach einzurichten und ermöglicht es Ihnen, durch Ihre künstliche Intelligenz mögliche Eindringlinge in Ihr Haus zu erkennen. Sie sendet Benachrichtigungen, wenn jemand in Ihr Haus einbricht, indem sie Fehlalarme erkennt, die durch äußere Faktoren wie wechselnde Lichtverhältnisse und somit auch durch das Vorhandensein von irreführenden Schatten verursacht werden. Sie verfügt über eine Anwesenheitserkennung in der Wohnung, sie sendet über die Mütling-App sofortige Benachrichtigungen an ein Mobilgerät und startet die Aufzeichnung. Das Filmmaterial ist in der Cloud oder auf SD-Medien auf Ihrem Smartphone oder Tablet verfügbar. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Das Filmmaterial ist in der Beschreibung. Das Filmmaterial ist in der Beschreibung.